Es ist der 5. Dezember 2015 und ich lese der kluge Peter. Der Peter saß im Sonnenschein auf einem Stein und freute sich und lachte. Was freut sich der Peter nur so sehr? Das Rätsel schien mir wahrlich schwer, doch er saß da und lachte. Als ich die Neugier nicht mehr trug und endlich frug, warum er denn so lachte, sprach er, die Welt ist wunderschön und ich darf drin spazieren gehen. Er sah mich an und lachte. Ei, Peter, du hast wirklich recht. Das ist nicht schlecht. Nicht wahr? sprach er und lachte. Die Weisheit lernet ihr erst jetzt? Da habe ich mich zu ihm gesetzt und freute mich und lachte. Ein Gedicht von August Sturm. Und diese Audio-Datei, die stelle ich unter Creative Commons Lizenz Namensnennung Version 4. Nows Miles